Oh oh, so schnell ist es passiert. Schon wieder ein Schneckenhaus zerbrochen. Leider. Was soll ich jetzt nur tun? Kommen Sie hierher zu Angry Jacks Schneckenhausladen! Angry Jacks! Ich bin so wütend wegen meiner riesigen Lagerbestände, dass ich die Preise kurz und klein strahle! Jack ist wütend! 99,99 für dieses gebrauchte Schmuckstück! Das macht mich sowas von wütend! Und nun sehen Sie sich das an! Ein fabrikneues Plastikhaus mit Hochglanzoberfläche nur 39,99! Hey! Diese Zahl nehmt ihr sofort auch weg, ja? Hab ich schon erwähnt, dass ich wütend bin? Er kocht, Frau Huth! Meine Frau ist schon geflüchtet, also muss jedes Haus, 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 schnell hier raus, raus, raus! Also zögern Sie nicht und kommen Sie zu Angry Jack! Na los! Jack ist wahnsinnig wütend! Kommen Sie ohne Kinder! Und nicht vergessen! Sollte jemand meine Wutpreise erreichen oder sogar unterbieten, dann bekommen Sie Ihr Schneckenhaus absolut um! Hey! Was machst du in meiner Werbung?